ok ich sehe links einfach das prinzip fährst du jetzt recht okay hat mich durchgelassen in einem tor oh schade kommt noch mal ja aber ach dann bist du da du bist allein er hat mich geblockt schön ich habe den tor wieder weg geboxt junge wieso fahre ich überhaupt hinterher das immer so mal ja ja aber ich habe ja gesehen dass die den move bring bring den move sucker kein boost scheiße ja gott sei dank der ist geflogen der etwas gab nein ich fliege ok nein schön so macht rocket league wieder spaß mit einigermaßen gutem internet ja ein weg geboxt du kannst aber gut versucht schön ja hätte mich fast erwischt mich fast ausgedrückt der kollege ich kann er fahren ja Oh leid, scheiße, gut dass da der Gegner nicht war, okay, ich, 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 oh shit, Das war schon ziemlich geile Parade Oh, das war knapp Das war schön Ja, ich hatte halt nur zwölf Fuß, aber das hat gereicht Oh, wir haben zwei Tore, okay Das war doch dein Pass und mein Tor, wo du gesagt hast, du hast einen Torwart weggeboxt Ah, stimmt, ja, da war was Okay, weicht der jetzt auch raus? Nee, das nicht, okay Scheiße, die haben einen Angriff, Achtung Okay, sehr schön Ich hab kein Nid so Ja, gut Oh Ja, schade, dass der nicht geht Oh, er hat mich geboxt Schon wieder Was denn? Mich geboxt Vorlage Mit einem Backflip Nein Okay, ich geh nach hinten, alles gut Oh Schön Aber die sind nett Achtung Kein Boost, leider Schade Und dann auch noch so beschissen wie möglich aufbekommen Mist Oh Gut, dass der nicht geht Ja, das war ja lucky Hab ich Nein Gott, ey, die sind Okay Fuck Die sind aufgedreht, ey Einfach halten Einfach halten Kacke So Kannst Weghauen Yes Okay Ja, eigentlich haben wir Zeit, alles gut Äh, okay Schön Oh, schön Ich komm nach vorne Oh Okay Ich habe das Gefühl, die haben nicht GG geschrieben Doch, einer Oh Die waren auch ganz nett Also ich Was für eine Parade Hat er Danke geschrieben Als ich ihn gekillt habe Hat er kein Problem geschrieben Oh, echt? Round 2 Fight Noch den Sieg Das ist Aber manchmal Da geht es doch so gut Ja Ach Das ist, wenn die Kartoffeln keimen, weißt du Ja Okay, ich gehe nach hinten Okay Oder auch nicht So, jetzt gehe ich nach hinten Schade Ich greife an Oh ja, unbedingt Ich habe, äh, Unfall gebaut Aber die haben nichts gemacht Das ist sehr gut Ich hab Neh, mich Nein Schade Ganz knapp hat er ihn gekriegt Bonito Yes, damit habe ich gerechnet Shit Ja 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 Jawohl Ich dachte zwar nicht, dass der so geht Aber jawohl Ja, er hat ihn gemacht, oder? Ich glaube auch Ja Vor allem hätte er ihn einfach von der einen Richtung Versucht zu klären Dann wäre das ja okay gewesen Oh shit, 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 shit Wir haben Zeit Wir haben, okay, jetzt nicht mehr Nicho Fliegt er Ja, bitte hinterher Danke Hi Ah, du bist allein Ja, bin da So ein Scheiß Oh fuck Okay Ach Dotzt er genau auf der Ecke Wie unwahrscheinlich Okay, hast du den? Yes Oh oh Schön Nein, ach, ich wollte es viel zärtlicher Aber Nicht schlecht Okay, du, du, du Oder? Ja Oh shit Ecke Nein Oh ernst Nein, als ob Ich bin schon Richtung Konter gefahren Mann, ich habe schon so damit gerechnet Oh nein Ich auch Berührt Oh shit Oh shit, die shit Der guckt scheiße auf Ja, du musst auch was machen Ah, okay Fuck Überragend, da ein Meister So So, aber Internet Bis jetzt In Ordnung Oh 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 shit Oh shit Oh Gott Ernst Ich fliege Oh, da war ja gar keiner Ja Ja Oh fuck Nein, komm, bitte geh Jawohl, der Idiot wollte mich killen Das habe ich gesehen Ah, das gucke ich mir jetzt komplett an Geil Ah ja, was ein geiles Tor, oder? Also er wollte mich nicht killen, er war zu langsam, er wollte mich tackle Loser Links Hab ich Nein Die haben ja alles allein gemacht Easy Ab hier hast du nicht mehr berührt, oder? Nö Oh Easy snack Rechts Oh, oh, schön Nee, wichtig ist, den zu haben Schön Ja Ich glaube, das läuft gut Oh Oh, scheiße Nein, Marco, du musst bitte Ja Geh ins Tor Okay Er hat verkackt Okay, ihr habt nach vorne, Marco Okay Ach, Mann Okay, holen dir, holen dir Schön Ich sag jetzt mal nicht, dass ich ihn killen wollte Ouch Schlaf an Oh Oh War jetzt nicht optimal von mir, aber Glück Schön Oh Komm zu dir Also Gut Oh Sollte okay sein für dich Oh, ich dachte, du fliegst schon Leider nicht Okay, bring, komm Ah, Mist Oh Erstmal zur Seite Ja Richtig Mist Richtig Mist gemacht, ey Oh Glanzbarat Autsch, er hat mich gerammt, er hat mich gerammt, ich bin tot Okay Bin wieder da Ja Ich hatte ein Date mit dem Posten, eine Zeit lang Ah, der Penner Okay, gönn dir, komm Okay Gönn mir die Killer-Vorlage Ja Sorry Alles gut Okay Weg Egal, sollte ja passen Oh 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 Knapp Oh 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 Ah Hab ich nicht gekriegt Stimmt Oh Oh Ich wollte mich noch killen, ja Schwancie Schwancie O Oh Oh Hm Oh